So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke, eine neue Folge Pokémon GO. Es ist 22 Uhr am Donnerstag, ich habe so fest damit gerechnet, dass am Mittwoch 22 Uhr noch News released werden, weil das immer wenn Raw kommt, News released werden und ich dann kein Raw gucken kann. Es kam nichts, ich bin trotzdem eingeschlafen, habe Raw irgendwie verpasst, die letzte Stunde muss ich dann morgen am Freitag mal nachgucken bei Join. Jetzt ist Donnerstag, 22 Uhr, NXT ist drauf, wieder Wrestling und 22 Uhr bringen sie News und ich dachte, was wollen sie denn auch noch ankündigen? Der Raid Day ist angekündigt, der C-Day ist angekündigt, wir sind noch mitten in einem Event, das passt schon, aber nein, das dritte Team Event ist angekündigt. Was heißt Team Event, sage ich jetzt einfach, wir hatten ein weiser Held von Blanchet, wo es ein Labras gab, mit dieser Schleife am Kopf, was man nur einmal bekommen hat. Das konnte Shiny sein oder eben auch nicht. So, habt ihr ein Labras bekommen, schreibt es mir in die Kommentare. Dann wurde angekündigt, ein intuitiver Held bei Spark, ne, der Spark und da gibt es momentan jetzt aktuell ein Elekid aus der Spezialforschung, was halt hier diese Armbinde trägt. Was ich jetzt schon bescheuert finde, das Elekid ist entwickelbar. Ich habe wirklich gedacht, das ist ja ein kostümiertes Pokémon, das ist so wie es ist und das war's. Und du kriegst das einmalig und entweder kriegst du ein Shiny oder eben nicht. Selbst wenn du ein Shiny kriegst und der glücklichste Mensch der Welt bist, kannst du es entwickeln und das heißt, für die Familie bräuchst du drei Stück. Was ist los, na, Jentik, aber bei den Absätzen steht ja jedes Mal dabei, in dieser Jahreszeit ist es nur auf diese Art und Weise möglich. Heißt das dann, in anderen Jahreszeiten kommt das nochmal. Was sagt ihr dazu? Habt ihr ein Elekid bekommen? Ich habe noch nicht alle Spezialforschungen auf den Accounts durch. Ich habe vielleicht sechs Forschungen durch, da war nichts dabei. Zehn stehen noch aus. Beim Hauptaccount habe ich auch noch nicht nachgeguckt, bei der Nudel noch nicht nachgeguckt. Da kann also noch was kommen. So, nachdem Blau und Gelb vorbei sind, haben wir jetzt aber das Team Rot Event, ein wagemudiger Held. Das habe ich hier mal groß drauf gemacht. Da wollen wir jetzt mal dazu kommen und ihr habt es schon richtiger Raten. Ein Ponita ist hier also das Maskottchen mit einem Halstuch, so wie es ausschaut. Ponita, wissen wir ja, kann man auch entwickeln, sogar Lopper. Also selbst hier wären dann zwei Shinies möglich. Ihr könnt ja aber nur einmal dieses Ponita aus der Spezialforschung bekommen, in dieser Jahreszeit. Am brutalsten also Team Gelb mit drei, am genialsten Lapras einfach als Lapras und ja, jetzt Ponita noch hier dabei. Sieht auf jeden Fall interessant aus und wir gucken auch gleich mal, was hier steht. Trainer, seid ihr bereit, euch der Herausforderung zu stellen? Candela ist zwar eine starke Trainerin, aber sie könnte dennoch eure Hilfe gebrauchen. Beim Event ein wagemudiger Held warten Aufgaben rund um das Trainieren und kämpfen mit Pokémon auf euch. Tobi hatte recht, nicht umsonst heißt er Tobi Twitter. Wir hatten das, ich weiß gar nicht mehr, was das erste war. Wir hatten entwickeln, ne, ach ich habe keine Ahnung, was haben wir bei Lapras gemacht? Es ist schon wieder fort. Jetzt haben wir jetzt gerade, sind wir am Eierbrüten sozusagen und jetzt geht es also ans Kämpfen und Trainieren. Es ist auch GBL dabei, PvP, Arenen einnehmen, äh, effektive Ladeattacken oder Raids. Aufgabe macht 100 Raids und dann bist du fertig. Außerdem erscheint Megapins hier zum ersten Mal in Megaraids in Pokémon Go. Weiterhin könnt ihr mit etwas Glück zum ersten Mal schillernden Kabukime begegnen. Das ist sehr schön, das war ja sowieso komisch, dass am Dienstag Wechsel ist und Kabukime reinkommt. Normalerweise wechselt der Fünfer und gleichzeitig auch der Megaraid, aber am Dienstag kommt Kabukime in die Raids, was neu als Shiny dann da ist. Am Donnerstag wechselt aber erst der, äh, Megaraid. Und wenn am Donnerstag der Megaraid wechselt, kommt dann eben Megapins hier rein, weil das ganze Event ein wagemudiger Held am Donnerstag startet. Donnerstag, der 11. Mai, 10 Uhr bis Mittwoch, den 17. Mai, 20 Uhr. Erster Auftritt von Megapins hier. Ich freue mich, ich werde wieder ein männliches Mega entwickeln und ein weibliches Mega entwickeln. Vorzugsweise dabei eben ein 100er und ein Shiny. Also männlich 100, Shiny weiblich zum Beispiel. Ich werde das auch wieder auf Mega Level 3 bringen, pushen, machen, tun. Ich habe schon ein 100%iges auf Level 50, da gibt es nichts mehr, nur noch dann entwickeln, da werde ich mich freuen. Da wird es Rates für Zuschauer abends geben dann an dem Tag. Da wird es ein Community-Rate geben an dem Tag. Also Megapins hier, bringen auf jeden Fall frischen Wind hier rein. Event Boni, doppelte Fangbongbongs und doppelt so hohe Wahrscheinlichkeit für Trainer ab Level 31. XL Bonbons beim Fangen von Pokémon zu erhalten. Da alles ja jetzt um Raids geht. Haben wir spezielle Raids in diesem Event-Zeitraum? Raids der Stufe 1. Hisui, Fukano, Gala, Ponita und Hut, Hut. Hut, Hut? Lass die Finger davon. Kann shiny sein, aber trotzdem. Gala, Ponita ist für manche vielleicht noch ein bisschen seltener, dass manche da noch kein Shiny haben, vielleicht noch eins brauchen. Aber Hisui, Fukano ist eigentlich ganz interessant. Den gab es nämlich damals in einem Event aus 7 Kilometer-Eiern. Den gab es noch nie, Will, den gab es noch nie in Raids, den gab es nur aus 7 Kilometer-Eiern. Gibt bestimmt Leute, die den noch gar nicht haben, könnten hier mit einem Stufe 1 Raid sich also den Pokédex-Eintrag holen und auch nochmal entwickeln. So, Raids der Stufe 3. Galaflunschlik, Shadrago, Hisui, Waschakwil, Hisui, Aktilias. Galaflunschlik hat jetzt erst sein Quest-Day gehabt. Braucht man also eigentlich nicht, kann weg. Shadrago gab es bisher auch nur in Raids. Haben wir damals auch Raids für Zuschauer gemacht. Das hat auch Spaß gemacht, zu den Preisen jetzt brauchst du das gar nicht mehr anbieten. Wer noch kein Shiny hat, könnte Shadrago-Raids machen. Ansonsten weiß ich nicht, was mit dem Pokémon abgeht, wie man das sonst irgendwann nochmal erhalten kann. Nutzt eure Gelegenheit, wenn ihr das noch braucht. Ist jetzt auch nicht unbedingt nützlich, aber sieht trotzdem irgendwo cool aus. Hisui, Waschakwil und Aktilias haben beide einen Raid-Day gehabt. Da war der Raid-Day mit Waschakwil. Da seid ihr rum mit euren 5, 6 freien Pässen. Hab Raids gemacht und das hat so eine extrem hohe Shiny-Rate gehabt. Das wurde neu eingeführt im Spiel, an einem Raid-Day, gleich als Shiny mit freien Pässen, erhöhten Shiny-Raten. Das war cool, das hat Spaß gemacht. Das haben wir auch gestreamt von unterwegs. Ihr war dabei und habt geguckt, wie wir das gefangen haben. Gleiches für Aktilias. Auch eingeführt zu einem Raid-Day, gleich mit Shiny-Variante, allem drum und dran. Habt jetzt, wer es verpasst hat, nochmal die Möglichkeit, denen in Stufe 3 Raids zu begegnen. Eine Woche lang. Diesmal sind die Shiny-Chancen aber nicht so hoch, denke ich mal, weil es ja kein Raid-Day ist, sondern halt normale Standard-Rate an Shinies im Raid der Stufe 3. Dann Raids der Stufe 5. Haben wir schon gesagt, Kabukimo kommt ja rein, ist der letzte von den Schutzpatronen, der da ist. Dann auch als Shiny wird gehandelt. Brauche ich auch einen Hunderter eigentlich. Brauche ich einen Shiny auf jeden Fall, beziehungsweise zwei Mega-Raids-Pinzi. Hab ich schon gesagt, freue ich mich total. Und in der Spezialforschung ein wagemutiger Held. Gibt es also einen Ponida mit einem Accessoire im Stil von Candela, wo man wieder einmal die Chance hat, dem in Shiny zu begegnen. Es wird eine befristete Forschung geben, bei der man eine Sofort- und Lade-TM bekommt. Und es gibt auch Pokémon in Feldforschungen, nämlich Ponida, aber ohne Tuch. Lasst euch da jetzt nicht irritieren. Hier ist das Tuch dran in der Spezialforschung. Ihr könnt aber normale Feldforschungen machen. Schließt Feldforschungsaufgaben ab, um Sternenstaub, Beleber und Hüberdränge zu erhalten und Bonida zu begegnen. So, Bonida. Also wer noch Bonida braucht an sich, ohne Kostüm, kann hier auch reinschlotzen. Ansonsten war es das jetzt erstmal von dem Event. Ich freue mich, weil ich eigentlich hier Hisui Aktilias und Hisui Waschakwil cool finde. Zu anderen Preisen hätte man dann Hunderterhand machen können. Shadrago finde ich cool. Das Hisui Fukano ist eigentlich auch recht selten. Wir haben neues Mega-Pokémon drin. Wir haben Kabukime mit dem Shiny-Hand dabei. Also bietet viel Neues gleichzeitig dann diese Spezialforschung mit dem Bonita. Und da bin ich mal gespannt, ob das jemand als Shiny kriegt. Und wer es zuerst kriegt, und wer es zuletzt, und wer gar nicht. Und warum auch immer und wo. Auf was freut ihr euch? Was ist euer Favorit in diesem Event? Schreibt es mal in die Kommentare. Das war es von meiner Seite aus. Ich gehe jetzt zurück ins Bett und gucke noch ein bisschen NXT. Bis zum nächsten Mal. Peace out for Haut. Euer Ramses. Bis zum nächsten Mal.